Das ist ein Film darüber, was man an der Uni Vechta studieren kann. Zum Beispiel soziale Arbeit und Lehramt. Und sonst so? Das ist der Präsident der Uni. Der weiß das. Die Universität Vechta ist eine tolle, junge Campus-Universität mit innovativen, modernen... Ah ja. Und was genau kann man denn jetzt hier alles studieren? Ähm... Versteckung, Instanz, Angliste... Design, Pädagogik, Erziehungswissenschaften... Theografie, Germanistik, Geschichte, Kulturwissenschaften... Kulturwissenschaften, Mathematik, Musikpädagogik, Politikwissenschaft, Sport, Wirtschaft, Ethik... Ist die beste Entscheidung! Alles verschiedene Bereiche, ne? Management, soziale Dienstleistungen gibt's ja noch. Bachelor Gerontologie. Das ist schon ganz toll. Puh, oder soziale Arbeit und Lehramt. Lehramt und soziale Arbeit natürlich. Soziale Arbeit und Lehramt, das sind so die wichtigsten Studierengänge. Jetzt hab ich es geschafft! Bravo, sag ich doch.